Hey, ihr habt einen weiteren Broom on Go Video. Es ist 23.56 Uhr. Wir werden uns gleich eine Gelbe Arena angreifen. Es ist gerade eine Live-Aufnahme. Ich nehme jetzt nicht dieses Gameplay auf oder so weiter. Ich spiele es wirklich live jetzt. Kurz vor 0 Uhr. Ich greife eine Gelbe Arena an. Weil ich aber Bock drauf habe und Langeweile habe. Und ja, werden wir gleich mal beginnen. Also hoffentlich merken meine Eltern das nicht. Also der Titel und Thumbnail wird auf jeden Fall... Das Titel und Thumbnail wird natürlich anders sein als der Inhalt natürlich. Weil mein Vater hatte nicht eine Nachrichtung an von meinem Video. Das sieht er natürlich. Und ja, also ist das besser, dass ich das jetzt nicht so am Thumbnail schon zeige. Vielleicht packe ich da wieder so ein Fragezeichen davor und dann sollte ich mein Vater auch nicht merken. Also hoffentlich merkt das nicht. So. Nehmen wir natürlich das Pikachu natürlich mit. Bevor das wieder weg ist. Event Pikachu. Na ja, ist schon geflüchtet und ist auch nicht so wichtig. So. Jetzt werden wir sie angreifen. So. Eigentlich durfte der Gelbe die Arena nicht angreifen. Weil nicht alle acht Stunden drin waren. Genau. Jetzt kommen wir mal mit Despotar hier. Oh. Ganz chillig draußen. Nur auch schön warm draußen. So. Mal schön mit Despotar und Katapult Steinkante gegen Relaxo. Oh, ist das schön ruhig hier draußen. Oh, ist das chillig hier. Geil, geil. Jetzt kommt die Steinkante. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich muss ihn, glaube ich, dreimal angreifen. Diesmal dann noch, äh, zweimal. Und dann ist das Relaxo auch schon besiegt. Und dann wundert er, der Typ sich morgen überhaupt mal sein Relaxo gekickt wurde. Naja, der hat auch die ganzen anderen Pokémon rausgekickt. Einfach so. Durfte er eigentlich noch nicht. Und, ja. So. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Despotar mit rein. Gerade auch noch ein Lucky Pokémon getauscht. Ein Taubos. Ist auch gerade erst ins Spiel gekommen. So. Nehmen wir mal das hier mit Bist und Steinkante. Mit, äh, 89% hat das, glaube ich, gehabt oder so. Genau. So. Wo nicht so super effektiv gegen Relaxo sein mit Bist, glaube ich. Weil ich, äh, den Steinkante wird auch, ähm, und natürlich auch Katapult wird durchs Wetter verstärkt. Wir machen die Arena mal schön platt jetzt hier. Also, ja. Es wäre schon irgendwie cooler, wenn ich das irgendwie mit Felske machen würde. Aber, ich lasse es erstmal noch. Mit gerade mal bei 142 Abonnenten. Also, das wär's nicht so schlau. Das schon zu machen. So. Einmal müssen wir noch. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video jetzt hochlade. Weil ich noch bei den 16 Minuten Video das dann hochzuladen gleich. Und wahrscheinlich am, ähm, heute ist, in einer Minute wird's dann 26. sein. 26. Der wird jetzt wahrscheinlich hochladen. Genau. So. Das Relaxo ist auch jetzt gleich down. Mit, äh, Katapult Steinkante. Sehr schön. Jetzt mal schnell die Steinkante, dann haben wir gewonnen. Hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Sehr schön. Jetzt wird die Arena ja schön blau. So wie es sich auch gehört. Genau. Das Video auf jeden Fall ist ein Daumen nach oben da und ein Abo natürlich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, finde ich das einfach vor 0 Uhr für euch rausgehe. Also ich aufnehme. Setzen wir mal ein... Setzen wir ein... Ähm... Scherox rein. So. Drehen können wir leider noch nicht. Und ja, Leute. Ich gucken muss mal, ob es Muschas ein Shiny ist. Mal gucken. Mal schauen. Na, da kommt noch was aus dem Tacher. Das Video geht auch schon über 4 Minuten. Ne, ist es ja nicht. Und ja, ich glaube, ich möchte das Video auch mit... Ähm... Ähm... Beenden natürlich. Ich... Kann überhaupt nicht mal reden nach 0 Uhr hier. Es ist genau 0 Uhr. Und ja. Lass ein Like da auf jeden Fall, dass ich da ausgegangen bin für euch. Kurz von 0 Uhr bis 0 Uhr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.